Ja, da sieht dich keiner. Ganz klar. Da sieht dich keiner, Calvin. Du bist... Du warst bei... 1, 2, 3, 4 Eckstein warst du wahrscheinlich der King. Willkommen zurück und... I'm a little bit irritated. Ich bin hier gerade auf dem Möbenberg gewesen. Auf einmal bin ich hier bei einer Rave-Party gelandet. Ich denke, es geht gut hier. Geile Musik. Richtig gute Musik, aber... Ich glaube, das bringt dem auch nichts mehr. Wodka. Ah, jetzt wird das Strandfeeling langsam geil. Okay, oh nice. Rap mir. Und Geld hat er auch dabei gehabt. Was hast du da? Pistolenaussatz. Ja, nice. Und eine Uhr. Ja, Calvin, ich habe ihn nicht umgebracht. Keine Sorge, ich war das nicht. Oder soll ich für dich die Musik nochmal anmachen? Komm, wir machen für Calvin nochmal die Musik an. Genau, mach's dir gemütlich. Hör dir die Musik an. Lass dir die Sonne auf dem Pelt scheinen. Alles entspannt hier. Gönn dir, gönn dir, gönn dir. Ich lasse dir die Musik an. Alter, ich bin zu doof, eine Möbel zu schlagen. Und da ist ein Seil. Ich habe es auch schon probiert mit der Schleuder, aber ich habe keine Munition mehr. FD einfach nicht. Lässt sie aber auch echt schwer zielen. Was ist das? Lecker. Schildkröteneier. Entschuldigung. Tut mir leid, aber es ging in Forest auch. Tut mir leid. Ich möchte nicht, aber... Oh. Hm. 2 Fleisch Collected bringt 2 Fleisch. Alter. Tut mir leid, du hast nichts gesehen, Calvin. Du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Das ist natürlich eine gute, gute Fleischbrille. So. Was wollt denn ihr hier? Ne, ich, ich war das nicht. Ich habe das nicht gemacht. Was? 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 Tanzen? Macht die Musik an. Schönes T-Shirt. So, du auch? Ich mache dir dein T-Shirt kaputt. Frech gehabt. Geh mir nicht auf den Sack, dann passiert dir auch nichts. Ich wollte die Schildkröten nicht umhauen, aber hey. Oh, das ist eine Fleischbelehe. So. Neue Anleitung verfügbar? Ja, nice. Tut mir leid, tut mir leid, aber ich brauche einfach ein bisschen nach Ausbruch. Und mit dem Panzer kann man bestimmt irgendwas geiles machen. So. Machen wir hier mal aus, ne? Weil, wer das noch irgendjemanden anlockt. So. Ruhe hier. Nach 22 Uhr. Leg dich hin, Schlaf. So. Die Möwe ist mir jetzt erstmal egal. Irgendwie kann ich die noch nicht so richtig kennen. So, wir haben ja jetzt mal kurz ein bisschen Fleisch auf dem Grill. Und dann gucken wir dahinter mal. Zu diesem nice Ding. Und hier soll man sehr entspannt gegenüber treten. Also machen wir das mal. Hello. Ne, du nicht. Du bist mir jetzt gerade nicht wichtig. Hallo. Was machst du hier? Wegrennen. Okay. Dann nicht. So. Machen wir hier Licht an. Nice. So. Willst du auch mit dem Ding interagieren? Danke. Schau mal drauf. Ich hab Hunger. Oh. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Hey Calvin, erschreck mich doch nicht so. Jo, mach's dir gemütlich. Ich geh dann mal ein bisschen spazieren, ne? Ich hoffe, das ist okay für dich. Ja. Ähm. Okay. Ich glaub, wir gehen erstmal pennen oder so. So. Und das gönnen wir uns direkt. Wir haben Schwunger. Und wir haben unser Bett noch nicht gebaut. So, nehmen wir mal zehn Stück mit. Dann machen wir uns mal hier schnell ein Bettchen. Äh. Wo war Bett? Aber glaub ich, auf der anderen Seite. Irgendwo beim Möbel oder so. Einfacher Boden. Nee, doch auf der anderen Seite. Bett ausstöckern. Passt aber grad so rein, ne? Nice. So. Jetzt haben wir hier unseren Speicherstand. Und dann auch richtig gut springen. Egal. Wir haben ein Haus, wir haben ein Bett. Was wollen wir mehr? Können wir das irgendwie mitnehmen? Ja. Nice. Was für ein Scheiß, bitte. Ich werde schon nicht vom Blitzer schlagen werden, oder? Jetzt kommt wir raus. So. Mal gucken, was da hinten so ist. Das haben wir auf jeden Fall ein bisschen Mangiare. Bisschen Mampf. Ähm, ich war das nicht. Ich war das nicht. Der, der, der hat sich da hingelegt. Nein. Rennt auch nicht weg. Mach dir auch die Musik an. Alles gut. Guck mal. Lass uns zusammen schwimmen gehen. Was hältst du davon? Hm? Also ich gehe jetzt da ins Wasser. Wenn ihr was tun magst. Okay, du nicht. Dann, äh, bis später. Keine Ahnung, was da ist. Ich hoffe mal, dass da auch nichts auf uns zukommt, was uns irgendwie, ne, so. Ans Leder will? Das wäre nämlich etwas blöd. Aber wir werden es rausfinden. Zum Glück habe ich vorher gespeichert. Also. Tod durch. Keine Ahnung. Wäre jetzt ein bisschen so. Äh. So. Was das? Das ist ein Dingboot. Ein Rettungsboot. So, rein da. Komm rein da. Mach es nicht so spannend. Puh. Okay. So, was ist da los hier? Essen. Signal verkehren. Kann man immer brauchen. Ähm. Ist das ein Hai? Hm. Pistole. Das ist ein Hai, ne? Kann ich den Kiln? Du hockst hier auch schon zwei, drei Stunden, ne? Hau ab. Ich bin nicht deinem Mittagessen. Was sind die Mögen jetzt so aufgeregt? Ist der jetzt weg? Oder kommt der wieder? Keine Lust hier... Frikassee zu werden. Äh. Du magst die Vergangenheit schon breit hier. Äh. Mögen brauche ich jetzt nicht. Ich habe genug Fleisch dabei. Der Hai hat uns auch locker einfach hier vom Boot schmeißen können. Beruhigt euch mal wieder. So, was gab es hier jetzt erstmal zu gucken? Wodka. Was zu trinken? Äh. Ich habe noch keinen Durst. Aber, ey. Zwei Dosen. Money. 71 Dollar. Hey. Ich kann mir was geiles kaufen. So, da haben wir Heidelbeeren. Uhren. Was können wir mit Uhren machen? Zeitbomben. Ah. Und uns fehlt noch irgendwas. Okay. Also mein Chip hier ist, ne? Gut. Messer. Das... Ja. Das habe ich schon irgendwie so verwendet. Gewollt oder ungewollt. Und... Wodka. Molotow. Mach mal. Nice. So. Den hauen wir uns mal auf die drei. Aber wir hatten noch Granaten. Wir haben mal auf die vier. So, ja. Warte mal. Wir haben doch was für die Stole hier gefunden gehabt. Ist toll, der Aussatz. Was macht der? Was kann die jetzt? Ähm... Ähm... Wir müssen nochmal durch sind. Nochmal rennen. Äh... Pistole auf die zwei. So, gehen wir weg. So, du gehst auf die eins. Du gehst auf die zwei. Du gehst auf die drei. Du gehst auf die vier. Du gehst auf die Schleuder. Die war hier. Du gehst auf die fünf. Für dich habe ich eh gerade keine Munition. Leuchtfackeln. Gehen auf die sechs. Okay. Reicht mir. So. Was kann die Knarre jetzt? Keine Ahnung. Also sieht so aus, als wäre der Hai weg. Also. No risk, no fun. Wir müssen wieder heim. Tschüss. Tschüss. Wenn wir überleben. Oder wir werden jetzt gleich... Hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Ding. So, mal eine Pistole. Munition hat man schon gefunden. Wird ja, wird ja, wird ja. Wir haben Haus, wir haben Nahrung, wir haben Trinken. Wir haben einen Helfer, der meistens am Lagerfeuer sitzt und Kumbaya, my Lord, singt. So wünscht man sich das. Okay. Sollte vielleicht aus dem Wasser raus? Blitze und Wasser. Oh, du bist ja noch da. Du hast auf mich gewartet. Ist nett. Ist vielleicht nicht der beste Weg, um sie zu begrüßen. Hallo? Bist du alleine hier? Gelwin. Lederbeutel collected. Gelwin. Folge mir. Sollst du hier nicht alleine rumlaufen. Okay. Ja, ich weiß, du magst mich nicht. Kann ich verstehen, ich mag mich auch nicht. Da ist ein kleines Steine. Ist gut. Ich brauche mich für meine Steinschleuder. Wo war jetzt die Hütte? Das ist dunkel hier. Da. Ja, also Loot ist hier auf jeden Fall echt gut. Bin sehr zufrieden. Dann. Oh, das Tag wird, würde ich sagen. Gute Nacht. So. Riecht aus. Du bist lustig, du hast Hunger. Ja. Kann ich stillen? Kann ich stillen? Gehen wir mal da rein. Da gibt es noch ein bisschen Fleisch. Schönes Steak am Morgen. Mmh, yummy, yummy, yummy. Äh, ist immer noch Hunger? Ja gut. Bevor es kaputt geht. So, muss das. So, muss das. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen vorsichtig sein. Haben wir jetzt noch nicht so viel. Und dafür haben wir ganz viel trinken. So, du hast es gestillt. Yo, wir sind voll vital. Wo ist der Rest von euch? Calvin? Ach, da bist du. Okay. Okay. Dann, lass mal gucken. Da hinten war ja eine Höhle. Die könnten wir uns angucken. Oder? Das war, glaube ich, eine Höhle. Die sollten wir uns angucken. Da ist was produzierendes. Und das sind zwei Höhlen. Mmh, jo. Dann gehen wir mal dahin. Du? Ähm. Wohl, Bauer, bleib hier. Mach Pause. Beseitige den Gegenstand folge mir. Bleib hier. Versteckt. Okay. Dann, viel Spaß dabei. Wow. Ja, da sieht dich keiner. Ganz klar. Da sieht dich keiner, Calvin. Du bist. Du warst bei 1, 2, 3, 4 Ecksteinen warst du wahrscheinlich der King. Gut. Wir müssen schauen, dass wir unterwegs noch ein bisschen Mats ranholen. Aber ich glaube, wir haben jetzt erstmal auch Ruhe vor der ganzen Zeuche. Rosesteine haben wir genug. Okay. Dann gehen wir mal weit diese Richtung. Aber ich glaube, hier ist ganz gut der Start. Aber echt viel aus uns draußen rum. Ein bisschen Essen. Wir haben Frischwasser. Was willst du mehr? Ein paar Höhen in der Nähe. Also, ja. Die Locations, die uns der Laptop angezeigt hat. Dann sollten wir uns diese Locations uns auf jeden Fall definitiv angucken. Ich bin zwar kein Freund davon, in die Höhlen zu gehen. Ist immer so. Oh, Samen. Nice. Du kannst auch Pflanzen anbauen. Das ist gut. So. Wir gehen die Abkürzung. Wir gehen nicht den normalen Weg. Hat sich vorher auch gelohnt. Da haben wir mal ein bisschen Loot gefunden. Und schön ruhig. Stopp mitnehmen. Aloe Vera. Ja, klar. Hautpflege ist wichtig und nur Wildnis. Eitelbeeren. Da war es. Irgendwo hier war es. Was ein Loot auf GPS. Müsst es. hier sein. Da. Ich habe zwar keinen Bock. Aber lass mal reingehen. Kein Fan von Höhlen. So gar nicht. Okay. Na, wie bringt mir nichts? Wild ist es auch. So. Auf welche Nummer habe ich euch gelegt? Auf 5? Hier. Und was die 6? Okay. Perfekt. Ähm. Hallo? Ist jemand da? Hallo? Es ist ruhig. Geht so ruhig. Gefällt mir gar nicht. Hallo? Hallo? Ja. Was ist das? ok da gehen wir jetzt noch nicht rein wir gehen uns erst mal dahinten umschauen und dann gehen wir rein und da bringt so schön ist das rücker hat's nice können pennen nice armbrustbolzen auch nicht schlecht ok das hat sich doch irgendwie gelohnt ihr werdet lieber wenn man die tür zu machen könnte aber ja parallelwelten von tim leblanc ok ok muss ja irgendwo was zu tun damit irgendwie irgendwer tang alter diese geräuschkulisse so noch mal 50 milliliter wir haben ein liter drin trinkflasche hier bin ich dabei auch mal währenddessen habe ich lieber die axt so nicht dass da noch irgendwo irgendwas raus schlimm sagt die geräuschkulisse sagt es irgendwie jetzt zehnmal 250 milliliter für ein arm herrn chest danke wenn man dank maske enter haken techmash das ist doch das oder 250 milliliter und schlitten schlitten bin ich voll dabei wir waren ja hinten im winterland vielleicht kann man richtig geil schlitten fahren wer weiß das schon ihr geil und es sieht aus wie so vom mcdonald's irgendwas ich habe immer gerne hier im blick ich traue dem reden nicht ja ist ja gut schreiben jan ich habe doch doch da ist noch ein bisschen ja die klappe danke okay gut da liegt noch was batterien neue batterien akkuschrauber kann ich den mitnehmen wenn ich mir was schönes bauen ok da brennt es sein dass es draußen dunkel ist weil hier drin wird es auch immer dunkler ja gut das war es sehr nice dann würde ich sagen auch mal ja folge ist rum passt perfekt nächste folge gehen wir da hinten rein ich habe richtig bock drauf freut euch drauf ich werde mindestens einmal sterben in diesem sinne wenn es dir gefallen hat denkt dran gerne kommentieren liken abo dann lassen glocke aktivieren alles nice alles schön ansonsten wünsche ich dir viel spaß wir sehen uns beim nächsten mal ciao 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 ciao